Was ist eigentlich Graphic Recording? Graphic Recording ist eine Erfindung der 70er Jahre aus Amerika, die aber im Gegensatz zu McDonalds oder der Abhörung unserer Handys gar nicht so doof ist. Mit Graphic Recording kann man nämlich furztrockene Lesungen, langatmige PowerPoint-Vorträge oder super komplizierte Zusammenhänge, zum Beispiel auf Tagungen, Kongressen, Messen, Seminaren und Workshops oder Diskussionen und Meetings in eine einfache Bildsprache übersetzen. Damit werden die Inhalte auch für die nicht mehr ganz so aufnahmefähigen Zuschauer erfassbar gemacht, und zwar auf eine abwechslungsreiche, humorvolle, schlüssige und übersichtliche Art und Weise. Ein Zeichner, ich zum Beispiel, erstellt live ein großes Wandbild, hält dabei Kernaussagen und Stichpunkte in Symbolen, Metaphern und grafischen Elementen fest und verpasst dem Ganzen ein visuelles Gesamtbild. Hört sich gut an, oder? Ist es auch. Die Zeichnungen können dann digitalisiert, per E-Mail verschickt oder auf Broschüren gedruckt werden, und viele meiner Graphic Recording Arbeiten hängen jetzt in den Büroräumen meiner Kunden. Das Ganze funktioniert leicht abgewandelt, auch digital, mit einem Grafiktablett, was ganz eigene Vor- und Nachteile hat.